Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen ganz allgemein die Vor- und Nachteile von Trackballs zeigen. Viel Spaß dabei! Trackballs gehören zur Gruppe der PC-Eingabehilfen und Mausersätze. Sie sind leicht zu steuern und ermöglichen eine schnelle Ansteuerung von Bildschirmobjekten via Cursor in alle Richtungen. Im Vergleich zu Joysticks sind Trackballs schwerer zu kontrollieren, allerdings sogar schneller als Standardmäuse. Zur Steuerung muss der Nutzer noch Kontrolle über seine gesamte Handmotorik haben, die bei der Bedienung eines Trackballs positiv unterstützt und trainiert wird. Hierdurch können auch Verspannungen, die bei Standardmäusen im Alltag auftreten, oftmals gelöst werden. Das Arbeiten mit einem Trackball wird allgemein als sehr effektiv und entspannend empfunden. Die Tasten eines Trackballs sind oftmals tiefer liegend, um unbeabsichtigte Klickauslösungen auszuschließen. Auch besitzen viele Trackballs eine Handauflage für eine bessere Ergonomie. Durch ihre symmetrische Bauweise sind sie mit beiden Händen nutzbar. Viele Trackballs zeichnen sich durch 3,5 mm Klinkenanschlüsse an den Seiten aus, an die Schalter angeschlossen werden können, um externe Mausklicks zu simulieren. Oftmals sind Trackballs in ihrer Tastenzuordnung außerdem programmierbar, sodass sie beispielsweise festlegen können, wo der linke und rechte Mausklick oder z.B. die Drag-und-Drop-Funktion aktiviert werden sollen. Manche Modelle, wie z.B. der Enabler Trackball, besitzen außerdem eine Anti-Tremor-Taste für eine besonders zielsichere Ansteuerung. Drücken Sie diese Anti-Tremor-Taste, bewegt sich der Cursor zunächst nur entlang der X-Achse, nach einem weiteren Klick entlang der Y-Achse, während er bei einem dritten Klick überhaupt nicht mehr bewegt werden kann, bevor man nicht ein weiteres Mal klickt. So können Sie sich Schritt für Schritt das gewünschte Objekt auswählen. Trackballs werden unter anderem bei Menschen mit RSI-Syndrom, Verspannungen in der Muskulatur, Behinderungen verschiedenster Art oder einfach nur als ergonomischer Mausersatz eingesetzt. Um festzustellen, ob ein Trackball das richtige Gerät für Sie sein könnte, empfehlen wir die Testung über mehrere Tage. Aufgrund von gemachten Erfahrungen lösen sich anfängliche Vorbehalte, die Sie aufgrund der ungewohnten Bauform und Steuerungsart vielleicht gehabt haben, in eine große Akzeptanz zum eingesetzten Mausersatz. Sie als Nutzer erleben auch die Vorteile und lernen diese zu schätzen. Viele der von uns gezeigten Eingabehilfen stellen wir leihweise zur Verfügung. Schauen Sie dazu einfach auf hidrex-reha.de im Internet vorbei oder kontaktieren Sie uns per Mail unter info-at-hidrex.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017